Hey zusammen, es gibt wieder ein neues Video und ich habe mal wieder ganz viele Sachen verbraucht und die würde ich euch jetzt vorstellen. So, ich habe ein paar Produkte verbraucht. Meistens, ich mache das mal ein bisschen vor mich. So, jetzt bin ich da. So, ich habe ein paar Produkte verbraucht und ja, was es so sind und wie die mir geschmeckt haben, das sage ich euch jetzt und wir fangen einfach mal an, ich greife hier mal ein Produkt und zwar sind das Röstzwiebeln und zwar die von Rewe, beste Wahl und ich bin ein kleiner Röstzwiebel-Fan, Röstzwiebeln passen auch überall, ich mache asiatische Gerichte immer gerne mit Röstzwiebeln und ich mache auf, ja man kann auch so viel Röstzwiebeln machen, irgendwelche Sandwiches oder so oder Spätzle natürlich auch. Und ich finde die von Rewe am besten und die schmecken mir immer richtig gut und ich trau sie auch meistens nach. Ja, gesund ist was anderes und trotzdem ganz gut. Dann, ich glaube die Produkte sind alle nicht so gesund, weil das alle keine Obst- und Gemüse-Sachen sind, weil die habe ich ja hier nicht, kann ich ja nicht erst brauchen. Ähm, Schokolade, diese Reis-Milch-Hasen-Schokolade, ich habe sie nie gefunden, ganz viele haben mich auf Instagram, habe ich sie überall gesehen und ich wollte sie mal nachkaufen, vor dem Monat schon. Und jetzt war ich, äh, kürzlich ist schon ein bisschen länger her, bei Allnatura und da gab sie die und war sogar im Angebot für 1,90 Euro und ja, fand ich gut. Also, hat mich jetzt nicht umgehauen, aber ich fand es doch gut. Und eigentlich habe ich mir gesagt, ich esse nicht so viel Schokolade, jetzt habe ich sie schon wieder gekauft. Also, weil ich die einfach unbedingt mal auskaufen wollte. Und eigentlich sind es immer nur so ausprobiert, ich kaufe die ja eigentlich nie nochmal, aber ich fand die okay, genau. Und weil wir schon bei Schokolade sind, ich war bei DM und es gibt ja die Eischauke jetzt überall bei DM und ich habe die probiert und eigentlich ist es die White Nougat Crisp, meine Lieblingschokolade, aber die hatte ich noch nicht probiert und die anderen waren alle ausverkauft, deswegen habe ich die mitgenommen und die fand ich auch okay, aber nicht mehr. Also, ich fand irgendwie, war so ein bisschen wenig Cookie drin und irgendwie war es nicht so knusprig, wie ich das erhofft hatte. Also, fand ich jetzt, also diese White Nougat Crisp ist einfach die beste, da kann man nichts sagen, aber cool, dass sie jetzt bei DM gibt. Dann, ich habe ganz viele Produkte von Erika Bio Vegan, weil irgendwie wollte ich die mal ausprobieren und dachte mir, ups, weil ich dachte mir, ich will ja mitreden können und ja, es ist cool, dass sie da sowas einführen und mal schauen, wie es schmeckt. Vegane Fleischwurst. Ne, finde ich scheiße. Es war überhaupt nicht gut, also, irgendwie, die war dann so eingepackt, aber eigentlich, ich weiß, ist ja auch schon ein bisschen her, ich fand es irgendwie nicht gut. Hier, dieser vegane Leberkäse, super teuer, ich glaube, irgendwas zwischen 3 und 4 Euro. Ne, war nicht gut. Es war einfach so, es ist halt auch mit Weizeneiweiß und es war so fest und es hat nicht nach Leberkäse geschmeckt und es war einfach so ein Schnitzel irgendwie, aber ich fand es nicht gut. Veganer Leberkäse? Ach, Entschuldigung, ich habe hier die vegane Leona reingehalten ins Bild und hier ist der vegane Leberkäse. Also nochmal zurück, veganer Leberkäse, schlecht. Veganer Leona? Ähm, auch nicht so gut. Also, fand ich nicht so geil. Irgendwie, also hat mich jetzt auch nicht so überzeugt, weil es irgendwie vom Geschmack halt so, es fühlt sich an, auch, Hauptsache wir ballern hier Produkte raus, haben coole Namen, aber Geschmack und es hält halt nicht. Ja, tut mir leid, aber ich, der einzige, das einzige Gute, was es gibt in dieser Reihe, ich bin wirklich von allen nicht sehr begeistert von den ganzen Produkten von Edeka Video Vegan, aber am besten ist die Mayonnaise und die ist richtig gut, die kostet nur 1,50 und die ist mega, mega lecker. Also, wenn man jetzt meine Mayonnaise selber machen will, dann kann man die auch ihr verkaufen, die kann ich empfehlen. Dann habe ich hier noch Sojamägel, ist das nicht so spannend, aber ich dachte mir, ich zeige es euch mal, weil ich damit immer ganz gerne bache, also ich benutze nie so No Egg oder sowas, weil ich denke, das ist einfach super teuer, also weiß gar nicht, wie teuer das ist, aber es braucht man irgendwie nicht und Kuchen backen geht auch ohne No Egg und ich mache einfach immer gerne ein oder zwei Teelöffel Sojamägel rein, das bindet wunderbar, ist locker und ja, kann man nichts verkehrt machen, wenn man das nicht in der Nähe ist. Die Allerge ist auch sowieso, das ist super und funktioniert auch super und wahrscheinlich wird es auch ohne den funktionieren, aber ich benutze es halt irgendwie ganz gerne, weil ich im Kopf dann denke, naja, jetzt krebt alles zusammen. Allerdings, ich backe ja meistens meine Glutenfreiheit und merke da, da krebt nicht so viel, aber bei dem Dinkel vollkommen mehr, da krebt eh alles, weil da ist ja Glutenfreiheit, also deswegen braucht man es vielleicht gar nicht unbedingt, aber kann ich empfehlen, ja. Und wenn wir schon mal in Kuchen backen sind, ich habe hier Soja, das ist meine Lieblings, ja Schlagsahne eigentlich, die ist relativ fest, die schlägt man in den Kühlschrank und dann schlägt man den noch ein paar Minuten und dann ist die schon fertig. Und das funktioniert super und die ist halt super lecker, aber die ist auch sehr, sehr süß, also wenn ihr jetzt nicht so süße Sachen wollt, dann müsst ihr mich zu empfehlen. Aber es gibt glaube ich noch von Schlagfix oder so, wie heißt denn die? Ich weiß nicht, es gibt noch eine andere und die habe ich, müsste ich mal probieren, weil ich weiß gar nicht, wie die ist. Die gibt es auch bei Koffer und die gibt es auch bei Koffer, auch in der Schoko-Variante, ne, eine Kokos-Variante, habe ich aber noch nicht probiert. Genau, und ich, wenn ich manchmal irgendwie so, wann hatte ich die kürzlich, hatte ich glaube ich irgendwie so einen Streusel gemacht oder so, dann habe ich die dazu gemacht. Die ist, also wie gesagt, ist super einfach, funktioniert gut, schmeckt gut, ist aber süß. Also wenn jemand jetzt nicht so süße Sahne mag, dann ist sie vielleicht jetzt nicht so gut zu empfehlen. Dann noch ein schönes Ersatzprodukt, hier vegane Schnitzel von Garden Gourmet und ich war begeistert, also ich fand die richtig gut und habe die mal zum Grillen, glaube ich, verwendet oder so. Ich finde es halt zum Grillen praktisch, wenn man einfach nicht so viel vorbereiten muss und dann nicht drauf macht. Und, genau, ich habe auch, manchmal lege ich dann so Gemüse-Sachen ein und mariniere die, aber so ein Schnitzel ist auch manchmal nicht gut. Genau, und das fand ich sehr lecker, also das würde ich mir auch nochmal kaufen. Garden Gourmet macht ja mittlerweile vegane Produkte, die haben wir ja immer früher nur vegetarisch gemacht, aber mittlerweile haben sie den Trend gemerkt und machen gewollt jetzt auch vegan. Sind noch nicht alle umgestellt, aber die meisten, genau. Dann kommen wir noch, ich habe etwas vergessen, ich hole es schnell. Dann habe ich noch dieses Pesto, das habe ich geschenkt bekommen von meinen Eltern. Ich kenne aber diese Firma oder besser gesagt, Marke Lebe Gesund, die gibt es auf diversen Wochenmärkten und, also ich weiß in Münzen zum Beispiel, auf dem Vigualienmarkt in Berlin. Ja, in Berlin, wo gibt es denn die? Ich weiß nur, auf Wintermärkten gibt es hier immer. Ich weiß gar nicht, wo die einen festen Stand haben, aber man kann auch online bestellen und wenn man sich die Newsletter abonniert, kriegt man auch ständig irgendwelche kostenlose Versandgutscheine und so. Also deswegen muss man einfach nur ein paar Tage warten, dann kann man sich kostenlos, also der Versand ist dann kostenlos und dann kann man sich irgendwas weg ausbestellen. Und wie gesagt, das Pesto ist sehr, sehr gut. Das ist vegan, die machen eigentlich nur vegane Produkte und ich habe früher die Ibi-Aufstiche gegessen, damals als ich so umgestiegen bin oder auch meine vegetarische Fasse hatte und war da immer ganz begeistert. Und genau, die haben auch leckerer Appelchips, also die haben, da könnt ihr euch mal in der Online-Shop klicken, ich verlinke ihn da auch mal unten in der Infobox. Die haben wirklich schöne Sachen und sind mit Top-Inhalten halt, also was die Produkte angeht. Genau, kann ich nur empfehlen, auch andere Produkte. Dann habe ich hier meinen Himbeer-Balsamico aufgebraucht, den benutze ich immer gerne für Salat und ich mag so ein bisschen im Sommer, wenn es einfach noch ein bisschen fruchtiger ist und ja, von Biotto. Ich komme auch aus der Nähe, wo die herstellen, also da habe ich mal in meiner Kindheit gewohnt, das ist in der Nähe von Blühdorf und deswegen habe ich auch einen engen Bezug. Außerdem habe ich mal irgendwie, wann war das vor zwei Jahren, glaube ich, bei so einem Winterspitz-Gewinnspiel mitgemacht auf der Webseite, Facebook-Webseite war das, oder Facebook-Seite und habe da ganz viele Produkte gewonnen damals und deswegen. Und ich mag das Design irgendwie, obwohl das natürlich nichts für den, aber ich muss dazu sagen, ich kaufe auch oft das, also gegen den Design, also, naja, wobei, man hat ja nicht so oft die Auswahl, aber, ähm, ja, wenn dann, ähm, genau. Aber der ist ganz gut und passt halt super zu irgendwelchen Salaten oder so, dass man die einfach mit reinmacht und, äh, genau, als Essig-Ersatz, beziehungsweise als Anfalt. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Produkten, das sind die neuen, ähm, Tordellini, Tordellonis von DM und ich muss sagen, Gemüse-Tordellini gibt es ja, oder gab es ja auch schon, äh, von Alnatura, die finde ich, geht schon, aber, weiß jetzt eigentlich, ob ich die nochmal kaufe, aber, die sind rein. Die sind wirklich richtig gut und da, äh, die habe ich auch schon nachgekauft und die haben einfach diesen, sie sind so würzig, so herzhaft und, äh, ich meine, Tordellini schmeckt man eh kein Fleisch, also, das ist ja alles probiert und pampiert und, äh, mh, und das schmeckt, das schmeckt super. Also, die, äh, für jede, jeden, der Tordellini, äh, Tordelloni mag, ähm, sollte die mal ausprobieren. Die sind richtig gut. Ja, das war's schon und, äh, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr von den Produkten haltet, äh, habt ihr da mal welche probiert oder nicht und, genau, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und, äh, wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert mich und, ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Mal einfach. Bis dann, macht's gut. Ciao. Gerne, das ist so eine Mischung aus, äh, Sojabohnen, Kürbiskern und Sonnenblumenkern, gibt's auch bei, äh, Rossmann, ist von, äh, Ena Bio auch und, ähm, ja, ich, die hatten mir meine Freundin empfohlen und ich hab mir gedacht, naja, gut, äh, kaufe ich mal und, äh, war dann aber richtig überrascht, wie, wie lecker das war, also, das war eine richtig gute und ich finde die sehr, sehr praktisch für nun, wenn man unterwegs ist, irgendwie in der Uni oder so, man hat so ein bisschen Hunger und dann kann man die so ein bisschen snacken.